Das NetzDG läuft jetzt ja aus oder ist ausgelaufen und wird ersetzt durch den Digital Services Act, das Gesetz für soziale Dienste, der eigentlich noch schlimmer ist. Damals hatten die Plattformen vor, hatten auch schon Entwürfe schreiben lassen, um dagegen zum Verfassungsgericht zu gehen. Das hat man dann aber unterlassen, weil man Angst hatte, wenn das scheitert, so habe ich gehört. Kommt aus Brüssel eine noch schlimmere Regelung. Hauptproblempunkt des NetzDGs war die Androhung von Strafen. Es gibt jetzt übrigens CIA-nahe Thinktanks in den USA, die sich daran ein Beispiel nehmen und Weißrussland übrigens auch, die finden das NetzDG alle ganz toll und andere nichtdemokratische Staaten. Dort steht, wenn nicht hinreichend gelöscht wird, um es etwas zu vereinfachen, drohen nicht nur dem Unternehmen, sondern auch den leitenden Angestellten Geldstrafen bis zu 50 Millionen Euro. Das Ergebnis ist ja klar, da wird irgendetwas gepostet, was an der Grenze der Meinungsfreiheit ist und dann treffen Sie als Verantwortlicher die Entscheidung, lasse ich das stehen und viele vergleichbare Äußerungen oder lösche ich das? Und wenn Sie einem solchen enormen finanziellen Druck ausgesetzt sind, einer solchen hohen potenziellen Strafe, löschen Sie im Zweifel. Das ist der verfassungswidrige Chilling-Effekt. Lieber löschen, auch zulässiges löschen durch enormen Druck mit Strafen. Aber jetzt ist es so, durch diese neue EU-Regelung, dass sich die EU eingeräumt hat, die Befugnis in Krisenzeiten, dann stellt sich die Frage, wann haben wir keine Krise? Corona hatten wir, dann gibt es die Euro-Krise, dann gibt es den Gaza-Krieg, dann gibt es Ukraine, dann gibt es eine Energiekrise, dann gibt es eine Umweltkrise vielleicht demnächst. Kann man die Netzwerke abschalten? Das zeigt nur die Panik von autoritären Strukturen oder semi-autoritären Strukturen wie der EU vor diesen sozialen Netzwerken, vor der freien Meinungsäußerung, die sich da Bahn bricht.